Das ist ein cooles, sehen Sie das? Wo ist denn jetzt der Blitzbeschule? Geht er nach hinten, Tom? Oder, wenn einmal ein Mensch nach dir verlangt, kannst du da kommen? Jetzt mal weiter gehen. Was machst du? Und das? Ja, das ist ein bisschen, ja. Und das ist ein bisschen, ja. Ja, das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen, ja. dann können wir uns jetzt ja nicht, die, mit wem es sich so schon dran, und zwar, mit dem wir uns jetzt schon seit 25 Jahren, das ist ja so, ja? Aber das würde ja die Münchnerin abschließen. Ja, das wäre gut, oder gar der Kopf ist. Das gibt's nicht sicher, denn. Der U-Bahn, der Ecken liegt. Die Fahrer gerichtet. Ich kann es nicht so ... Ich kann es nicht so ...